Billy Steirisch, ist es einfach nur ein Wortspiel oder bist du ein richtiger Billy Eilish-Fan? Wortspiel. Ich bin kein extremer Billy Eilish-Fan, aber ich mag sie sehr gern. Wien oder Graz? Wien, aber ich liebe Steiermark mehr. Aber Graz ist nicht so geil wie Wien. Trotzdem grün-weißes Herz dann? Grün-weißes Herz. Always. Steirisches Backhändl oder Chicken Nuggets? Steirisches Backhändl. Keine Frage. Mit was? Mit einem kleinen Salat. Und vielleicht noch Bill Erdäpfel dabei, der gemischt ist geil. Bier oder Spritzer? Spritzer mittlerweile. Früher Bier, jetzt Spritzer, weil ich kein Gluten mehr vertrage. Fahrradfahren oder E-Roller? Fahrradfahren. Dialekt oder Hochdeutsch? Dialekt natürlich, weil das ist die Identität, obwohl ich Hochdeutsch auch sehr lustig finde, zum einfach sprechen und ein bisschen benutzen. Spar oder Billa? Spar. Lieber Synchronsprecherin oder Sängerin? Sängerin. Sofort. Sängerin. It's my heart. My heart is beating for it. Lieber Live-Auftritte oder Social Media machen? Live-Auftritte. Das echte Leben ist immer geiler als Social Media. Eis essen oder Torte? Eis. Eis ist besser. Torte ist immer so teigig, das mag ich nicht so gerne. Eis ist geil, Eis ist kühl und nice. Oder vielleicht die Mischung Eistorte? Eistorte ist geil. Kennen Sie das vom Spar? Das ist wie in Etta. Das ist das Geilste. Das ist Bombe. Aber sie spielt ja auch einen Schuch oder auch ein Schatz emeritus Omar Kretchen. Und jetzt kommen ja nove Russell.